ja halli hallo hier ist der gusor wieder sagt er zum gegner ja schickes ding ich bin im ring und ich lasse es krachen und zwar haue ich mal schön die mauer auseinander so jetzt wollen wir hier natürlich ein bisschen was zeigen und gucken was hier geht ha schade ich hätte mir wieder ein paar boogies aufheben lassen müssen wie auch immer hat leider nicht geklappt ich war wieder zu gierig und wollte wieder alles raushauen könig lasse ich mir mal für hinten obwohl ich wiederum ne ich schicke besser alter gehen die auf den king los aber klar ich meine die ja gut jetzt ist die riesenbombe weg jetzt ist die riesenbombe weg jetzt können wir hier schön von der seite kommen und scheiße ich habe ich habe es echt verkackt das war ja das war natürlich totaler müll schnell den rage rein aber das war natürlich definitiv müll auf höchster stufe habe ich muss ich ganz ehrlich sagen total verballert da ist mir die queen down gegangen das war absolut nicht so wie es gewollt war naja die luckys gehen down garantiert die luckys kriegen das townhall ach so oder ist das von der ist es sogar noch vom von der gegnerischen cb weiß ich gerade gar nicht ja das aber 44 prozent na klappt das doch noch hier jetzt will ich ja nicht schnell noch die mauer brecher alter was alter was ja ich würde mal sagen ja das war aber wirklich mehr mehr glück als verstand das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu das war ja also wie gesagt dafür braucht man sich nicht es ist halt knapp wieder mal okay ich freue mich natürlich logisch aber das war einfach wirklich verpeilt das ist ganz klare geschichte also boah guckt euch das mal bitte an ich meine ich würde vielleicht erwartet mal ich es gibt das dann mal schneller also jetzt kann ich hier wenn weil die kriege ich jetzt nicht mehr ich wollte halt die zwei prozent noch mehr haben aber wirklich ich muss gerade mal echt schauen das war ganz klar war fail auf jeden fall auf jeden fall nehme ich ganz klar auf meine kappe und das hätte so nicht sein dürfen weil das lief am anfang richtig richtig nice und das muss ich mir auf jeden fall noch mal angucken weil das wäre natürlich ein schöner two star gewesen auf jeden fall das wäre ein richtig richtig schicker two star gewesen und da ist das halt dann echt schade aber ich freue mich natürlich ein loch in hintern dass das nicht daneben gegangen ist wobei ich wirklich personen situationen halt echt sehr schnell total über reagiere und dann oh komm 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 alle truppen raus jetzt müssen wir uns das noch mal ganz kurz geben wiederholen ich bin der meinung er hatte nicht mal eine cb drinnen richtig gucken wir mal hier ne die wäre schon längst gekommen so bis hierhin alles safe alles ok und mit dem weil es waren halt wirklich es sind sechs boogie türme das ist halt wirklich schon mal richtig richtig fett und das ist das ist sehr krass so so krass hatte ich es in der kombi noch nicht ich muss mal wirklich gucken hier voll den rage rein dann habe ich halt wirklich gemerkt okay der king geht halt wirklich so gut wie down klar dann halt die riesenbombe die ausgelöst wurde und dann kann man natürlich die schweine nehmen so soweit ja vollkommen in ordnung finde ich dass das war noch vollkommen safe hier und mit drei boogie türmen auch kein thema aber muss man halt den rage drinnen behalten auf jeden fall sind dann habe ich mich ein bisschen zu weit mit den schweinen beschäftigt hier noch eine riesenbombe tesla ja zack das war's alter verwalter und dann halt wusste ich die genau ich dachte mir gut okay komm jetzt noch so schnell wie möglich irgendwie in rage da reinhauen und dann natürlich die zeit nutzen die ich da gerade noch so habe dass die luckys eventuell noch das rathaus plätten können so war meine meine gedankenphase und hier habt ihr das gerade gesehen die luckys haben noch schnell im rage den king weggeballert das war halt auch noch richtig glück weil der king wäre natürlich die ganze zeit hinter den riesen hinterher also das war wirklich logischerweise mega luck und dass ich halt wirklich viermal rage bei hatte und hier ja dann nochmal weiter weil ich ja dann gemerkt habe scheiße klappt das halt echt noch dann halt noch die mauerbrecher die ich noch hatte und der das schwein hat hier nochmal gemacht und ich glaube die luftabwehr auch noch mal komplett gekillt wenn ich da nicht ganz falsch liege genau luftabwehr wurde noch komplett gekillt sonst wäre das halt mit den riesen auch nicht mehr gegangen so da sind die natürlich noch zum teil rauf gegangen alter verwalter auf jeden fall richtig richtig glück gehabt auf jeden fall wieder drei kreuze machen hätte nicht sein dürfen auf jeden fall muss ich aber auch wirklich beim nächsten mal hingucken so krass hatte ich es mit dieser base wo man denkt sage ich mal man kriegt es ohne probleme das townhall noch nicht muss ich ganz ehrlich sagen also der hat richtig gut vorgearbeitet und der wird sich auch richtig richtig gedacht haben alter was hatte deren für ein glück was hatte deren für ein scheiß glück der hatte echt richtig richtig fucking glück so das dazu jetzt möchte ich euch gerne noch andere angriffe zeigen ich mache nochmal nebenbei kurz einen burgencheck so hier haben wir nochmal einen doppelburgencheck the assassin wollte gecheckt werden und x1 repeats gucken wir mal rein base layout ist ja sehr dicht an meinem dranne so vom vom aufbau her wir haben 112er level und wir haben 13 und 15er queen vollkommen in ordnung auf jeden fall so weit wie es mir ausschaut auch gemaxed das sieht ja das sieht schön gemaxed aus gut der event eventuell ein bisschen zu weit vorne noch einen kleinen tick nach hinten geht ja indem du die luftabwehr da nach hin packst und dann hier nochmal ein bisschen rüber schiebst dann bist du damit auch safe ansonsten richtig gute kombo dass du halt sagst gut okay ich kann richtig große range abdecken du bist immerhin meister 1 man muss ja gucken dass man keine pokies verschenkt beziehungsweise keine prozente verschenkt läuft das passt also ich würde mal auch sagen ja ist locker ich gucke mal wo du bist kriegst du noch einiges hin also je nachdem mit was du angreifst schauen wir mal gerade rein was du hier am start hast ist noch nicht viel aber ich würde mal sagen da kommt noch irgendwie ein pecker dazu und ein golem das sieht fast so aus ja du bist was dunkles am bauen auf jeden fall dann wird da ein golem rauskommen und da bist du noch gut dabei da wie gesagt da bist du auch mit den helden gut am start das passt also da sehe ich dich locker locker in champ auch champ 2 ohne ganz ohne probleme schaffst du locker geht auf jeden fall auch hier ja ist gut aufgeteilt eventuell wenn du halt noch irgendwie mauern haben solltest du könntest hier ja noch ein bisschen mauern sparen das weißt du ja auch dass du hier zack mit einer mauer ran gehst so das würde ich nämlich machen das ist mein tipp an dich diese sache hier weg bauen und dann hast du hier eine mauer und noch eine zweite mauer du hast zwei mauern und kriegst aber effektiv zwei wieder sozusagen das heißt du sparst effektiv hier zwei mauern 4 6 8 hier hast du nichts 10 12 hast du hier kannst du hier sparen und die nimmst du noch hier ran zum beispiel und dann noch an einer stelle hier irgendwo dass du das nochmal verjüngst dass die halt wirklich nur an einer stelle lang können und da dann halt noch wirklich sprungfalle rein und fertig das ist meiner meinung nach noch das wo du halt echt noch mit arbeiten kannst und dann passt das dann ist das eine nice nummer hier schick auf jeden fall nur mal als tipp probiere vielleicht ich meine meister 1 wird dann schon mittlerweile schwer aber probiere halt wirklich auch noch mal kurz das dunkle wirklich rauszustellen vielleicht hast du dadurch noch mal eine death win könnte sein bloß als tipp ansonsten ja supergeil auf jeden fall weitermachen hinsetzen und weitermachen auf jeden fall und da bist du selber nicht mehr drin x1 repeats das ist ja schade das ist ja schade ich meine da habe ich den kumpel noch checken können und dann bist du selber nicht mehr drin holy shit ich würde mich ja fast ein bisschen ärgern das ist ja schade aber gut so sollte es halt sein so jetzt ja der kurze check ist vollbracht und dann schauen wir mal weiter 780 k zitronensauger sehr geile kombo sehr gut hier nochmal ich hätte da und da und dann magier Und dann nimmst du hier war ja okay dass du dann halt sagst gut okay kommt alle her Alter das wäre mir oh da hätte ich ja ein bisschen weniger genommen eventuell aber gucken wir mal wie das läuft bin ich ja jetzt mal interessiert dran Du hast natürlich dann den vorteil dass wenn die halt da sind und nicht gerade irgendwo eine riesenbombe oder sowas ist dann hast du natürlich den vorteil dass die natürlich dann auch richtig was schaffen klar in der base Aber ich hätte da so megamäßig angst vor Aber was ist denn zum beispiel wenn wenn der gegner zum beispiel jetzt mal magier in der cb hat Die war hier jetzt außerhalb okay aber wie gesagt so eine riesenbombe zum beispiel alter ich hätte ja so angst Die hätte ich jetzt nicht so krass gedroppt aber okay jetzt haben wir sagt die magier hier richtig leichtes spiel auf jeden fall und können natürlich richtig auf den loot button drücken Auf jeden fall Na also muss man echt sagen sind geile angriffe dabei also auch in der letzten folge halt mit den angriffen Mega geiles zeug gewesen und dann sieht man halt auch wirklich wieder wenn man halt wirklich sagt kommt mit Schlechteren angriffen gibt es halt auch nichts im video Denke ich mal zeigt man auch Die 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 richtige wie soll ich sagen den richtigen impuls dass man halt wirklich sagt gut okay wenn sie halt wirklich nicht gezeigt werden dann brauche ich es auch nicht zeigen sage ich jetzt mal beziehungsweise eben in dem klaren senden Und dann werden halt wirklich nur so eine geilen dinger Ja gelüstet und das macht natürlich richtig laune Und dann lohnt sich sowas auch dann klar ganz klar hier habt ihr habt ihr das ane schade hier hätte man es jetzt auch Ne das behalte ich jetzt für mich So Richtig ordentlich aufgeräumt würde ich sagen richtig geil zitronensauger Apropos Zitronensauger habt ihr das video von mir gesehen ansonsten Guckt es euch noch mal an mit der lemon face challenge Ja da habe ich die zitrone gegessen also hiervon wegen zitronensauger der gusor war dabei Und hier wieder auch schön in verbindung mit heilern jetzt bin ich gespannt Wann die gedroppt werden ob du die erst droppst wenn die luftabwehr weg ist oder ob du das vorher machst mag schauen ich bin echt gespannt Hier geht noch eventuellen heal und dann danach die heiler Ja einwandfrei Junge du bist dabei Läuft Ganz genau ganz genau richtig gemacht Vollkommen Du wusstest halt was du mit deinen truppen machen sollst beziehungsweise wie die funktionieren Einwandfrei ganz genau So macht man es So macht man es auf jeden fall in meiner meinung nach vollkommen richtig gemacht Von einer richtigen stelle gekommen sind nur einser heiler vollkommen egal Du kannst damit umgehen Und ganz Ich halte mein maul ich halte mein maul auf jeden fall 1a Da Top gelaufen Top gelaufen Einfach wirklich verdient gewonnen Verdient gewonnen Alles aber auch wirklich alles richtig gemacht Guckt euch bitte die heiler an Guckt sie euch an die werden kein einziges mal gehittet Und warum? Weil Tronic genau weiß was er macht Jetzt klar logisch kriegen sie ab Und die halten natürlich auch nicht viel aus Aber brauchen sie viel aushalten? Nein, weil das alles richtig gemacht hat Richtig schöner durchmarsch mit riesen Auf jeden fall Richtig geiler fight Guter bonus vom loot her Nice Und so eine sachen wollen wir halt sehen Genau deswegen geht man in diesen clan Guckt sich das an Gibt sich das Der war richtig richtig gut Hier habt das auch wieder gesehen Luftbombe Wurde ausgelöst Von den von den luckys Aber nicht von den heilern Wie gesagt das hätten sie ja genauso machen können Dass die heiler wieder die luftbomben auslösen Und schon wäre es mit dem queenwalk wieder hinfällig Wie da das gold geflogen ist Und 600k Ganz ehrlich das war ein richtig fettes ding Da hast du einen richtigen daumen nach oben verdient Auf jeden fall Tronic Richtig geil Easy 700k Ich stehe Ganz ehrlich ich stehe irgendwie auf die goblins Ich mag die Und hier noch schön mit boogies Einmal ein bisschen was Barbaren so ein bisschen zum dremmeln Und dann hier ja Einwandfrei Inferno leer alles gut Vielleicht nach den inferno sogar mitnehmen Aber das wird nichts mehr Dafür reichen die truppen nicht aus Aber ist ja egal Oh haben wir verloren Wen interessiert es Perfekt Super gemacht Und das waren immerhin schon Fast 700k Ja Hat er ja auch geschrieben Easy 700k Erster halbwegs guter Loot seit Wochen Oh Okay seit Wochen Reicht aber nicht Tut mir leid Reicht aber nicht Ist hier Roro Aus dem Keep Calm Gebartscht Aber Guckt es kurz an ja Also Bei dem Loot darf man dann eben auch mal Gebartscht zeigen Und jetzt Oh ich bin auf die Queen gespannt Sorry Ihr kennt ja Bartschen Klar Dann Muss ich mir jetzt einfach die Queen geben Bam Bam Bogieturm weg Bam Bam Oh wie schnell das Lager weg ist Zack genau Geraged Einwand frei rein Und zack Und gleich ist Townhall auch dran Gleich ist Townhall dran Und zack Zack Guckt mal Ja jetzt schießen natürlich auch ein paar Boogies Logischerweise Richtig nice Auf jeden Fall Und gar kein Heal verballert Weil er sich halt gesagt hat Gut okay kommt Lohnt sich nicht mehr Ist halt wirklich diese Frage mit diesem Lohnt es sich Lohnt es sich nicht Guckt mal was die noch aushält Ach was die noch Ich will das auch Ich will das auch Aber ich krieg's noch nicht Ich krieg's halt noch nicht Weil Townhall 9 Richtig Vollkommen richtig gemacht Ganz klare Nummer Ganz klare Nummer Dann halt nicht mehr den Heal gedroppt Warum Wäre Quatsch gewesen Einwandfrei Geiles Ding Drachen 4 Hier Ich mach mal ganz einfach Werbung für dich Hier Terror Virus Dürft ihr gerne mal vorbeigucken Auch guter Angriff auf jeden Fall vom LOL Gamer Also beziehungsweise vom Loot her Und ich mag das halt wirklich Wie gesagt also mit mit meinem Townhall 8 Account Dragos Zehn Stück an der Zahl Drei Rage Spells Und geiles Ding Richtig cool Da läuft das immer richtig richtig nice Ja hier unten noch eventuell Du hast dir noch zwei Drachen aufgehoben Ich würde mal sagen von hier unten Die würde ich jetzt schon so langsam Genau ganz genau Gesetzt Geraged Und hier noch schön Den Loot mit nach Hause nehmen Auf jeden Fall Was man kriegen kann sollte man mitnehmen Wie gesagt wichtig wirklich Vergesst bitte nicht bei sowas Vergesst bitte nicht das Townhall Echt Das ist wirklich Ich sag mal Loot entscheidend Momentan Also oder mittlerweile Weil das merkt man dann doch echt Dann denkt man sich Oh was Warum habe ich hier 50k weniger Ja Klar Weil ich das Townhall nicht mitgenommen habe Geiles Ding Auf jeden Fall So jetzt gehe ich wieder raus Zack Zack Das war's von mir Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß Also ich hatte den definitiv Das war's Ihr haut rein Ciao Ciao Ciao